Willkommen zu meiner neuen Folge von Slither.io Wir spielen jetzt mal Slither Komm, komm, komm Na Oh, Mennu Musste ich jetzt unbedingt sterben Mennu, immer werde ich sterben Jetzt zeig ich dir Komm her Komm her Komm her Dann nicht Ich brauche einen Schnitzel Oh, lecker Schnitzel Okay Okay, wen brauchen wir noch Ich danke euch, wenn ihr ein Abo gemacht habt Von Pianoteils und vielleicht auch vom ersten Teil von Slither, wo ich nicht reden konnte Ja, egal Aber jetzt spielen wir mal ernst Okay, ich bin weiter Aber ich kann noch vielleicht Ja, ich werde dieses Pianoteils Äh, Pianoteils löcheln Ist irgendwie verdumm Ich benutze, ich spiele das einfach nur aus Freizeit Ja 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 Wie immer Ich benutze das Freizeit Guck, guck, guck Stipp, stipp Ja, der ist doch So, dann holen wir mal den Schnitzel Warum sag ich überhaupt Schnitzel darüber Der ist ja kein Schnitzel, sondern eine Schlange Ich meinte Schlange Das sind meine Das sind meine Das sind meine Schnitzel Jetzt werden die Jetzt werdet ihr alle zu Schnitzel verarbeitet Das sind Katzenfutter verarbeitet Ich bin hier grad in YouTube Aufnahmen Stimmt, der bestimmt macht jemand die schrecklichsten YouTuber der Welt Und dann machen die mich da noch hin Stirbst du? Und der ist tot Ah, so ein Zehnter Ah, cool, wir sind schon Zehnter Lol Heute gibts dich Heute gibts nicht mich zum Mittagessen Heute nicht dich Oh, come on Nein